Grüß euch! Für den 12. Juni kamen die 10 Schwerter und das Asterkelche heraus. Das bedeutet, dass ein paar von euch eine sehr, sehr starke Verletzung erfahren haben. Ihr wart traurig, ihr hattet vielleicht Liebeskummer, es gab vielleicht eine Trennung von einem Partner, einer Partnerin, vielleicht sogar von einer besten Freundin, einem besten Freund. Es gab vielleicht eine Zwistigkeit in der Familie zwischen Geschwistern oder mit den Eltern und ihr seid darüber sehr traurig und verletzt gewesen. Das Gute daran ist, es ist immer in dieser Traurigkeit und in dieser negativen Energie ein Geschenk. Hier sieht man den Regen und hier sieht man die Sonne. Das heißt, das ist ein Geschenk Gottes. Leiden ist grundsätzlich ein Geschenk Gottes, weil wir darin nicht nur Stärke und Resilienz entwickeln können, sondern wir können sehr viel lernen über uns selbst und andere Menschen. Das heißt, bitte, auch wenn es dir jetzt noch nicht möglich ist, irgendwann wirst du es sehen, dass das zu deinem Besten war und dass diese Leute vielleicht aus deinem Leben haben verschwinden müssen, weil sie einfach nicht fähig waren, dich zurückzuleben, so hart es auch ist im ersten Moment. Das Geschenk darin ist, dass hier etwas zu dir kommt, ein Neuanfang, etwas, wo Gott sagt, okay, ich möchte dir jetzt die gesamte Fülle des Universums zuteil werden lassen, und zwar emotional. Die Kelche stehen immer für die Emotionen. Während wir hier das Gefühl hatten, wir sind mit einem Messer sozusagen in den Rücken irgendwie gestochen worden, jemand ist dir vielleicht wirklich in den Rücken gefallen, jemand hat dich betrogen, jemand hat nicht Wort gehalten, jemand hat vielleicht nicht das gehalten, was er versprochen hat. Du hast das Gefühl, du bist sozusagen fallen gelassen worden wie eine heiße Kartoffel hier und hier sagt Gott, schau, aber ich schicke dir gleich ein neues Geschenk. Das heißt, es kann sein, dass gleich nach dieser Trennung du wieder einen neuen Partner oder eine neue Partnerin findest. Es kann sein, dass du dann plötzlich Geld im Lotto gewinnst. Es kann sein, dass du dann plötzlich die ideale Arbeitsstelle findest, was auch immer. Gott schenkt dir dafür etwas anderes. Das heißt, halte deine Augen offen nach dem, was dir geschenkt wird nach dieser Trennung und nach diesem Herzschmerz. Ich hoffe, es hat geholfen und bis bald. Tschüss.